Ah, Servus und herzlich Willkommen zurück, du bayerische Extra-Folgen da draußen vorm PC, Handy, Laptop und TV. Wir spielen 11. Folge von Nightmares from the Deep, the Cursed Heart. Schön, dass du auch wieder hier dabei sein möchtest. Wir haben das Geheimversteck von Remington ausfindig gemacht. Ich finde, es ist ein wunderschönes Bild von den beiden. Ich mag Liebesgeschichten. Die beiden haben sich gefunden und ihre Liebe durfte trotzdem nicht sein. Ganz was Verbotenes. Ja, wir sind jetzt in den Katakomben. Ich glaube, bis jetzt kann ich noch nicht viel tun. Das Rätsel wird mir nicht gefallen. Aber gut. Schaue ich mal, ob sich irgendwo ein Wimmelbild noch aufgetan hat. Vielleicht am Strand? Ich muss mein Mikro kurz nochmal richten. Da ist gar nichts los. Hier war ziemlich wenig, finde ich, in dieser Szene. Aber gut. Leuchtturm wird auch wahrscheinlich nicht immer viel sein. Ach ja doch, das hier müssen wir noch zusammenarbeiten. Aber irgendwie habe ich nichts. Also ich habe nochmal Tinktur der Regeneration gecraftet. Habe ich. Das ging ganz interessant. Musste einige Sachen zusammenarbeiten. Hier drin ist noch sehr viel. Hier ist noch eine Statue. Da muss ich die Nase noch dazufügen, um meine Tochter zu retten. Die schwebt immer noch hier rum. Lass das. Warum schwebt sie? Ist auch mal ein Wimmelbildspiel gewesen, aber bis jetzt noch nicht freigeschalten wieder. Also irgendwie dauert das noch ein bisschen. Den Typen da. Was ist da? Da ist nichts. Ja. Ne. Ich komme nur hier raus und weg. Und das war es. Also ich glaube, hier ist nichts mehr. Das vielleicht. Ach ja. Um die Hand zu regenerieren. Das hat man in der Zeichnung gesehen. Und wir brauchen dieses Amulett. Genau, das hat sie ja gesagt, dass ich das brauche. Und jetzt geht es auch wieder weg, die Hand. Sie verwäst wieder. Okay. So, das Amulett habe ich gebraucht. Und Symbol der Gräfin. Ich weiß bloß nicht, wohin. Damit. Man sieht, welcher öffnet sich ja dann doch nochmal was. Hier glaube ich jetzt wahrscheinlich nicht, weil ich habe auch eher eine Urne. Aber man weiß es ja nicht. Man probiert es ja eben aus. Das ist der Sinn des Wimmelns und des Spielens. Ich mag das ganz gerne. Irgendwie. Ich habe euch immer einen Drang, äh, Gefallendrang gefunden, beim Wildspiel zu gucken und auch zu sehen. Vor allem. Also, nicht zu gucken und zu sehen, ist ziemlich identisch, würde ich sagen. Aber auch zu spielen. Meine Güte. Der Cody. Ja. Ja. Und seit ist auch unser Krater hier. Der läuft jetzt gerade rauf. Na. Der will gestreichelt werden. Der ist gleich wahrscheinlich bei mir. Ja, er lasst sich gerade streicheln. Wie süß. Der springt jetzt gleich hier rauf. Ich halte mal in meinem Mikro schon mal fest. Unser Krater. Was mache ich jetzt mit diesem Symbol? Felix, weißt du irgendwo, wo ich das Symbol einfügen soll? Weißt du das? Manchmal redet er mit uns. Ich habe mich erschrocken. Ich wurde gleich instinktiv da draufklicken, weil es mir jetzt hat, in meinen Kopf reinging, dass ich das hier reinsetzen muss. Und jetzt ist das hier offen. Eine Duplone, ein Schlüssel und noch ein Brief. Da. Er hat mir out. Packt mit dem Teufel. Das passt recht gut. Hiermit mache ich David Jones, Henry Remington im Austausch für seine Seele unbesiegbar. Remington bleibt, solange er meine magische Halskette trägt, unsterblich. Sollte Remington jemals sterben, wird er durch das Umlegen der Halskette wieder zum Leben erweckt. Zwölf verzauberte Münzen schützen das Pfand für die Gewährleistung des Paktes. Das Pfand wird in eine Truhe verwahrt, die durch meinen treuen Wächter behütet werden soll. Wird das Pfand entfernt, wird Henry Remington wieder zu einem gewöhnlichen Menschen, dem seine Taten der Vergangenheit eingeholt werden. Das ist der Pakt mit Davy Jones, mit Henry Remington. Das ist der Pakt. Er ist also mit diesem Amulett unsterblich, solange er sie trägt. Und ja, und diese zwölf Münzen halten seine Seele, sein Herz gefangen. Und das versuchen wir ja auch zu lösen, diesen Pakt. Diesen Pakten werden wir brechen. Und dann müssen wir ein Bildspiel machen. Geschäde, Apfel, Notenschlüssel, Tarotkarten, drei Kieferzapfen, Schrumpfkopf, Nadelkissen, Chilischrote, Glocken, hier ist mein Kater gerade wieder, lass dich streichen, Walnüsse, Mörser, Visionen und Sicheln. Felix, bleib schon brav, ja? Okay. Das ist eine Chilischrote. Mal schauen, das ist alles hier so unübersichert. Hier sind die Tarotkarten. Nur zwei zumindest. Was ist das? Ich kann den Apfel nicht mit bloßen Händen schälen. Oh nein, das geht nicht. Aber vielleicht mit der Sichel? Nein, die Sichel nehme ich einfach mit. Der Mörser. Da ist so eine Note drin. Das war auch gar nicht beabsichtigt. Aber jetzt schäle ich wohl die Kröte. Nein, den Apfel. Das hat so gruselig ausgesehen. Der Apfel wurde geschäen. Ja. Felix, unten bleiben. Ich weiß. Mua, süß. Ja. Er hat sich einfach reingeschlichen. Wir wollten nicht raus. Wir wollten eine Vision. Wir wollten ihn nicht rausschicken. Unseren lieben Felix. Da ist die letzte Tarotkarte. Nagelkissen. Ich dachte, ich habe das schon mal gesehen. Plötzlich öffnet sich eine Tür. Felix könnte raus. Aber er will nicht. Das Nagelkissen. Schrumpfkopf. Könnte ja auch irgendwo sein. Da ist er. Zwei Glöckchen. Wann ist er? Zwei Glocken. Glocken habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Okay. Jetzt habe ich den hölzernen Arm von diesem Poseidon. Ich kann das jetzt endlich bauen. Fertigstellen. Na Gott sei Dank. Hat jetzt echt lang genug gedauert. Und schon ist mein Kater auf dem Tisch. So. Du gehst wieder runter. Hm. Das brauchen wir nicht. Wir müssen die richtigen Sachen finden. Und dann müssen wir auch noch die Beinchen richtig einstellen. So ein Scheiß. Jawohl. Was haben wir jetzt bewerkstelligt damit? Ach Felix. Ach das ist die Duplone. Okay. Dann hören wir uns die Geschichten an. Von Remington. Der Felix ist ein ganz lieber Kater. Aber auch total verschwust. So erstmal. Hier. Geschichte. Geschichte. Und mit Conny. To win Mary's heart, Remington revealed the truth of his origin. Turns out, Remington was a poor nobleman who signed a pact with the infernal Davy Jones. For the price of his soul, Davy made Remington immortal. The all-powerful Remington joined forces with Caribbean Pirates and acquired a formidable crew. And now, thanks to Mary, the captain promised to end his pirate career. The star-crossed lovers planned to marry at once, with all the seas pirates in attendance, to witness their vows to each other. On the eve of the wedding, a military coalition struck the fortress full of defenseless pirates. The Caribbean Sea turned red with blood and Skull Island became a place of torment. Remington was sentenced to death before Mary's eyes. The young countess was brokenhearted. Und hier wurde die Hochzeit gecrasht. Es sind jetzt nur noch drei Münzen über. Das ist nicht mehr viel. Totenkopf-Schlüssel. Schauen wir mal, wohin damit. Hier ist wahrscheinlich nichts mehr erstmal. Someone hat das Körper genommen. Achso, das ist immer noch gar nicht aufgefallen. Ach ja, nicht nur unsere Tochter ist jetzt verschwunden, sondern auch der Körper von Mary. Das kann nur Remington gewesen sein. Und das ist wieder eine Duplone drin gewesen. Jetzt gehe ich wieder zurück. Holen wir uns noch weiter. Jetzt sind es nur noch zwei Münzen da. Das ist immer noch ein Mensch. Wir sind noch zwei Münzen. Das ist noch ein Mensch. zu marry the captain of the royal navy mary endured a childless and unhappy marriage with the old dull soldier and when her spouse eventually died mary now a wealthy widow decided to return to skall island ja sie wurde verheiratet mit dem mörder von remington und ja es war eine unglückliche ehe und irgendwann starb dieser und sie ist wieder zurück auf die totenkopf insel als reiche mit werden ich damals auch gelesen habe wir haben das ja schon alles schon mal wahrgenommen und gehört ja so ist das nicht anders also okay das wurde geschändet hier schon mal gucken wo mir diesen schlüssel denn jetzt einfügen wahrscheinlich hier unten das rätsel haben wir ja noch nicht machen müssen ich freue mich ja okay schatzkammer eine ganz andere location hier das eine riesen krebs und riesengrappe was haben wir hier nochmals ein schnipsel es sieht so aus als könnte ich eine neuen halskette aus diesen teilen machen aber ich habe anscheinend noch keine möglichkeit dazu wahrscheinlich muss ich sowieso zurück um mit mary mal zu sprechen das muss einfach hier ran anscheinend ein amulett das ist ein altar die riesengrappe lasst mich auf jeden fall nicht durch und bringen wir das porträtstück noch mal zu zurück sind ja wahrscheinlich dann noch zwei also jetzt nur noch eins remington's mad i couldn't stop him as it took my remains from my grave he's planning to bring me back but will never recover the time we lost the doors to the underground bay are sealed with a pattern i wore this pattern all my life das da muss ich mir jetzt merken wie es aussieht ja remington hat tatsächlich ihren leichen angenommen er will sie ja wieder beleben aber sie sagt das ist ein falscher weg man kann die zeit nicht so zurückdrehen hätte sich einfach völlig neben sie hinlegen sollen sterben sollen das wäre besser gewesen um sie zu beruhigen um sie zu beruhigen so ich habe jetzt ein dokument das wieder zu machen aber kann die vorlage anscheinend noch nicht hier anbringen anscheinend was liegt denn hier noch was ich nicht hatte oder habe ein riesengroßer krebs dann was mache ich mit dir schön hier ja ich hätte hier eine vorlage wollen sie nicht haben jetzt bin ich nicht okay habe ich diese vorlage und weiß nicht was ich machen soll schauen wir nochmal da rein ach ja das gebrochene herz kann man jetzt mitnehmen also sein herz die bratenhalskette diese jetzt kaputt anscheinend habe ich so nicht wahrgenommen also nochmals zurücklaufen hetzen fetzen los geht's wir machen die jetzt in ihm neu weg mit dem alten das kaputt hier alles und jetzt genau jetzt kann ich selbstständig drehen okay nee das ist so nicht nach unten ich brauche etwas ich brauche etwas wie das hier vielleicht vielleicht so das ist eher mehr so nach oben oder so hier nein genau das hier ist für unten ich würde das oben erst gern irgendwie noch mal bauen oder basteln hier das ist zu groß das ist gar nicht so einfach wie man es glauben mag das muss länger sein so muss das nämlich sein so nicht anders nur mal so ein längliches ja das passt perfekt es fehlt ja nur noch eins ein teil ja sowas oder ach so jetzt fällt das noch ein längliches brauche ich hier weil es hat so einen rand noch irgendwie finde ich es jetzt aber nicht aber hier ist es glaube ich das ist es jetzt stimmt es das zeichen von ihr perfekt jetzt haben wir es hat ein bisschen gedauert gerade musst du sich konzentrieren wir legen das wahrscheinlich hier drauf oh das leuchtet alles jetzt wird das ganze wasser abgezogen die ganzen armen fischlein naja gut jetzt kommen wir zur brucht und da ist er höchstpersönlich das gefällt ihm jetzt gar nicht höchstpersönlich ich muss dir sagen dass du dir nicht leicht verbreitest ich bin so nah mit meinem liebem zurück zu leben und ich habe jetzt nicht Zeit um dich mit dir zu beschäftigen du wirst sagen dass du sie nicht wollen dass sie zurückgekehrt werden das ist Nasein das ist das ist das ist das ist das ist das ist wenn du so wirst du wirst du mir dass mein liebem zurückgekehrt hehehehe du wirst du sie du wirst du okay ich muss sie beschwören er glaubt mir nicht dass sie nicht wieder belebt werden möchte das glaubt sie nicht so jetzt können wir hier ein bildspiel machen mit der großen krabbe im hintergrund richtig nice ja hier flecktes kleid gold der natella admirals wüste heiliger kral porträtstück krasskette bandage schwäne buddha fasan borden und kind was macht der oder hier eigentlich naja der fasan was ist das schwäne da müssen wir anders waren und schon schwäne sind ach da sehr schön bandage vielleicht für den herrn hier und es war jetzt genug geraten ne okay da oder und da ist die bandage und sag fahrt ja ich klicke einfach manchmal einfach nur zu drauf macht auch spaß ha manchmal klappt es da ist das stück porträtstück und damit kann ich wahrscheinlich auch wiederbeleben hier kann ich das kleid wieder reparieren gold der natella ist hier horn und kind ein kind okay das war ein kind und jetzt fehlt uns das horn noch und das ist es hier so porträtstück jetzt können wir sie beschwören wahrscheinlich kann es sein dass wir die hauptsteuer jetzt schaffen schon naja gut die sind jetzt schon 21 minuten das machen wir auf jeden fall jetzt noch viel wird da wahrscheinlich nicht mehr sein so vervollständigt jetzt bin ich wieder Liebe ist eternal aber die Menschen sind so fragil ich muss mit henry sprechen bevor er ein Fehler macht zieh mich zu meinem kapitän ich nehme dich mit als porträt ja dann gehe ich jetzt auf jeden fall da nochmal hin aber ich habe noch nicht alle duplonen gefunden bis jetzt also wir finden sie schon aber müssen anscheinend aha wimmeln noch ich würde sagen an dieser stelle bedanke ich mich erstmal fürs zuhören fürs zusehen ich entschalte mich erstmal schlutz zu machen bis zum nächsten mal chroniken offline hahaha die das ist gu b ja Untertitelung des ZDF, 2020